ja hallo zusammen und herzlich willkommen hier mal wieder an dirks diversen dienstag heute mal wieder mit einem kleinen technik review und wisst ihr wo ich richtig spaß dran habe wenn man produkte von firmen kritisch hier darstellt und dann tatsächlich diese kritik auch umgesetzt wird bei neuen produkten und das hier ist die bluetti ac 200 l und zu dir gibt es eine kleine vorgeschichte denn wer avanti und tour länger verfolgt der weiß ich hatte auf sizilien die ac 200 max dabei und habe die sehr kritisch bewertet und danach hat mir bluetti die ac 200p geschickt was ich allerdings damals nicht wusste ist dass es eigentlich der vorgänger zur ac 200 max war und die habe ich dementsprechend noch kritischer bewertet und als dann die ac 200 l kam habe ich natürlich erst mal nachgefragt dieser heute ist das jetzt was neues oder ist das der vor vorgänger nein das hier ist offiziell der nachfolger der ac 200 max in deutschland verfügbar ab 13 märz zu einem preis aktuell von 1599 euro der reguläre preis liegt bei 1999 und ich finde es immer klasse wenn firmen auch kritik von youtube kanälen auch annehmen vielleicht auch wahrnehmen denn die hauptkritik punkte bei den beiden vorgänger modellen hat man hier ausgemärzt und das sehen wir gleich auch wenn wir uns den lieferumfang angucken das ladegerät ist endlich erinnert euch der 500 watt ziegel mit den beiden extrem lauten lüftern das ding ist geschichte damit ist auch die ladenleistung jetzt deutlich erhöht worden kommen wir gleich noch zu das display ist jetzt endlich mal auch in der sonne ablesbar und ihr seht selbst hier auf der aufnahme das kannst du direkt erkennen noch so muss ein display sein das andere war einfach nichts und man hat bei dem gerät jetzt auch die solar ladeleistung auf 1200 watt aufgebohrt damit kommen wir dann insgesamt maximal auf 2400 watt ladeleistung ac ladung geht auch bis maximal 2400 watt und ich finde das ist schon mal ein gewaltiger fortschritt gucken wir uns die ac 200 l mal mit den anschlüssen ja schauen wir uns die vorderseite mal an da hat sich nicht viel verändert wir haben hier die vier ausgänge jeweils mit 2400 watt natürlich auch in der summe maximal 2400 watt die sind auch schön alle mit käppchen abgedeckt allerdings hat das ganze keine ip-zertifizierung aber innen drin natürlich reiner sinus wir haben dann hier unten zwei usb type c mit 100 watt und in der mitte zwei normale usb type a mit 3 ampere das ganze wird wie immer hier über das display geschaltet und hier auf der seite haben wir noch mal in 48 volt ausgang mit 8 ampere das sind diese luftfahrt stecker könnte man auch nehmen beispielsweise um wohnmobil zu laden und darüber haben wir dann noch den 12 volt zigaretten anzünder nur der ein und ausschalter liegt hier oben drüber das ganze lässt sich aber auch per app steuerung bedienen ja und wie gesagt für mich die wichtigste neuerung ist halt dieses display dass du auch wirklich in der prallen sonne auch ablesen kannst ja rückseite und eine seite sind leer hier auf der einen seite haben wir dann noch einen input für die normale ladung über 12 volt beziehungsweise über photovoltaik darunter haben wir den eingang über ac und hier haben wir dann noch mal einen anschluss für battery expansions also für zusatzmodule das ganze lässt sich dann auf bis über acht kilowattstunden aufbohren kritik von mir hier an der stelle da bleibe ich auch bei hier gehört normaler kaltgerätestecker hin und hier oben meiner meinung nach in xt 60 warum bluetti immer hier noch auf diese luftfahrt stecker setzt ja die sind wasserdicht wenn man sie was verschrauben muss aber das macht meines wissens nach sonst keine hersteller hier unten haben wir noch den reset schalter falls das ding sich mal irgendwo in den schutzmodus versetzt hat und wer will kann hier noch ein erdungskabel anschließend ja schauen wir uns mal das mitgelieferte zubehör an und das ist wieder recht umfangreich weil man eben halt auch auf diese stecker gesetzt hat so das ist alles hier mit einem klettband zusammen da haben wir einmal den zigarettenanzünder anschluss auf xt 90 und von xt 90 muss ich dann wieder mit dem adapter drauf gehen auf diesen luftfahrt stecker und das gleiche haben wir dann auch hier beim 230 volt netz stecker auch der geht dann wiederum auf den hier also bluetti hier bitte zukünftig in kaltgerätestecker verbauen und hier ganz normalen xt 60 anschluss weil hier muss ich jetzt schon wieder mit einem adapter arbeiten wenn ich mit normalen solarmodulen hantieren will gut hier ist einer dabei aber auch wiederum nur auf mc4 das heißt da habe ich immer irgendwo wahrscheinlich ein adapter der von xt 60 dann auf mc4 geht von mc4 dann auf xt 90 und dann über den adapter da also das kann man kann man einfacher lösen schaffen andere ja auch ja dazu kommt dann hier noch garantie karte bluetti gibt bei der registrierung fünf jahre garantie und die bedienungsanleitung und die ist auch in deutsch hier hinten haben benutze handbuch also das ist gut gemacht ja kleiner lüfter test ich habe sie jetzt nur eingestöpselt an unseren internen wechselrichter hier im humor lädt jetzt mit 1200 watt und der einzige lüfter den man jetzt hört ist der lüfter unten im keller vom wechselrichter also hier ist nichts zu hören ich konnte auch kein lüftergeräusch feststellen bei den geräten die ich hier dabei habe also nespresso kapselmaschine toaster oder induktions kochfeld da bleibt das ding im grunde nach lautlos so gucken wir mal noch in die technischen daten rein vielleicht habe ich noch irgendwas vergessen ja gewicht 28,3 kilo das ding ist wirklich ein brocken auch von den dimensionen her es ist eine der größten und wuchtigsten power stations am markt aber gut natürlich bei der leistungsmöglichkeit die man hier drin hat lässt sich das nicht anders regeln ja kapazität des internen akkus sind 20 48 watt stunden das ganze gerechnet bei 51,2 volt kommen wir auf 40 amperestunden das entspricht umgerechnet bei einer 12 volt leistung 170 amperestunden ja auch lithium eisenphosphat akkus sind hier mittlerweile verbaut das war beim vorgänger auch schon so und wir haben insgesamt eine garantie von 3000 zyklen powerlifting modus haben wir hier auf 3600 watt und strom spitzen soll sie vertragen bis 7200 watt sorry das kann ich nicht testen also da habe ich nichts also selbst wenn ich meine handkreissäge nehme die ich natürlich jetzt hier in schottland nicht dabei habe komme ich niemals auf diese 3600 watt ja schauen wir mal noch in die app rein die ist auch recht übersichtlich ist jetzt hier kommt natürlich jetzt nirgends wo was rein geht auch nirgends wo was raus ich kann die ausgänge jeweils hier schalten da muss man immer noch mal bestätigen das habe ich auch bei den vorgängern schon kritisiert warum man das macht weiß ich nicht da oben haben wir die einstellungen ich kann das ganze auch übers netzwerk betreiben im moment habe ich nur mit bluetooth gekoppelt geht aber wie gesagt auch über wlan dann aber hier unten lademodus da kann ich das ganze auch von den 1200 watt voreingestellt auf schnell lademodus hoch powern dann lädt sie mit 2400 watt kann ich natürlich hier im wohnmobil nicht testen gibt unser wechselrichter nicht hier so das powerlifting kann ich hier unten einschalten dann ist es mir auch möglich über die 2400 watt da hinaus leistung zu entnehmen wir haben hier ein eco modus der ist auch aktiviert das sind bestimmte abschaltzeiten definiert wenn das gerät eben nicht benutzt wird dann haben wir hier die die eingangs quelle das ist jetzt auf photovoltaik eingestellt testen gleich mal wie das dann funktioniert wenn ich mit 12 volt lade also beziehungsweise mit zigarettenanzünder und hier unten haben wir dann halt noch das thema firmware upgrade ihr seht da muss ich immer noch einiges machen und da ist nur die auch neben dem anderen mitbewerber sehr ruhig was das thema updates betrifft das funktioniert ich habe jetzt mal die 12 volt zigarettenanzünder ladung eingestöpselt wie gesagt das ist dann von 12 volt auf xd 90 von xd 90 dann auf diesen luftfahrt stecker das ganze lädt dann mit 8 ampere seht ihr hier über 99 watt da ist also eine schnellere ladung über 12 volt nicht möglich und deswegen würde er jetzt hier auch 22 stunden bis zur vollladung brauchen vielleicht könnte man das mal irgendwie auf 10 ampere aufbohren dann hätten wir auch die möglichkeit ein bisschen schneller zu laden aber wie gesagt das ist jammern auf hohem niveau ich finde was brütti hier gemacht hat wirklich mal auf die kritik auch zu hören vielleicht noch nicht in allen bereichen der beispielsweise hier oben habe ich gesagt da könnte man noch so eine induktive ladeschale reinsetzen platz für hier sogar auch für zwei induktive ladeschalen können mitbewerber auch da hat man nicht alles umgesetzt aber insgesamt das netzteil ist weg gut sei dank da bin ich echt froh drum wenn wir jetzt noch den rest irgendwann in den nächsten updates mal auf die kette kriegen kaltgerätestecker xd 60 eingang für den solar dann ist das auch eine gute kiste vom gewicht her ja da reizte sich ein mit den mitbewerbern 27 28 kilo haben die in der 2400 watt klasse alle und von daher ist das für mich auch keine kritik ich sage vielen lieben dank fürs zusehen ihr bleibt bitte gesund da draußen danke an bluetti und bis zum nächsten video macht's gut